Oh, das geht halt schon gleich einen toten Winkel da links herbei, gell? Ja, aber... Das hat viele Bäume, aber da steht... Ja, die beste ist da ganz vorne rechts auch, das ist zu weit zum Laufen. Klingt doch, das sieht gut aus, lass die einen nehmen. Hat jemand die Erdwelle nicht so gut aufgebaut, fällt mir leider gar nicht auf. Wenn ich mir das angucke. Äh, Seon, ich schicke dir nächste Woche einen Videobeweis, da findest du, dass ich 50 Yukon Blazes Prop hier in Nachrichten kriege. Ja, ich... Ja, es ist das Nummer 4. Okay, wollen wir chargen? Ja? Ja, ich... Ja, ich... Nicht die Arti! Doch, klar, nicht die Arti! Ich glaub hinten! Ich dachte, Freirass ist Regenrechtskommandeur. Schild sind Wolf! Freirass macht die Infanterie weiter, alle die chargen wollen, kommen hinter mir hin. Äh, Infanterie halt! Ach... Infanterie halt! Infanterie halt! Infanterie halt! Nachladen! So, ich will jetzt erstmal wissen, wer hier überhaupt kommandiert. Freirass oder Friedheld? Ich seh hier, mich seh! Ich... 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 Ein ISU-Kontroll hier! Ich plädiere für Wolf! Oh, hier! Hinter mir! Wartet auf mich, Genossen! Ich hab Genossen gesagt, alle! Wolf, denk dran, dass du Fixway rausnimmst! Hm... Und weiter geht's! Auf jetzt! Und weiter geht's! Auf jetzt! Schlossi Отечestuwa! Quidd, halt denk dran, wir müssen über'n Fluss! Jaja! Schnell klippen! Wir sind Russen! Der Fluss ist nicht gefährlich, aber wenn wir wieder rauskommen, ist gefährlich! Der Fluss aus Wodka! Schauen, ob wir vor der Gegner-Kaffee da sind, aber ich fürchte nicht! Die Gegner-Kaffee lebt nicht mehr! Was sind wir? Wir sind Russen! Wir sind Russen! Und was da? Ja! Und allerdings wird nächste Runde und die Gegner-Kaffee, weil es Nummer 4 rübergehen muss! Wolf hat die Infanterie nochmal! Ja! Pawlowski-Grenadiere! Ja, die spätten wohl, aber verlieren wir doch die nächste Runde! Ist klar! Ja, aber es ist 0.79 gegen 0.45! Das geht auch nicht! Geht wie halt rüber? Nee, auch gar nicht! Es kann ja auch die KW-1-Infanterie rübergehen und da als Ulan spielen! Kann ich den Punkt dem Nummer 4 wissen wir, dass wir uns was überlassen sollen? Nö! Oh, ich wünsche dir die Infanterie! Oh, Randetsky-Charge! Machen wir einen Randetsky-Charge! Wie ernsthaft! Machen Randetsky-Charge mit Feldmischel-Länder-Tacke! So, so, Feyreus, du wolltest doch die gegnerische Stellung einnehmen, ne? Hast du ja am Anfang gesagt, das machen wir jetzt! Ja, aber jetzt gibt es ja keine Ziele mehr! Hört jemand davon schießen kann! Hallo, also... Ziele, das hat immer so was mit Wertungen zu tun, ja? Das ist ja immer so zu eliminieren und schießen! Ja, ja, macht was ihr wollt! Ist hier im Ferienbacher! Nö, ich glaube, die Freunde müssen sie... Zeug das die jetzt füge, diejenigen passen! Sonst ist es immer so streng lebt! Nehmt die Stellung ein! Das ist der Einzige Befehl, den ich hier gerade gebe! Ja, konzentriert das Feuer auf die Linien in deiner Mitte! Wir ziehen uns wieder zurück dahin, wo wir eben auch standen. Bitte Sejan, kannst schaufeln. Ja, ich hab hier links keils Ruppenbeherr, sprich... Du schießt? Äh, rechts weiter. Leichte Linie, rechts keils Ruppenbeherr, da kommt der Angriff wahrscheinlich von Nummer 4. Okay, Infanterie erstmal bereit halten. Ja, von links kommt sie jetzt raus. Rattout von links. Karolerie von rechts. Ah, ja, ja. Hier ins Karree rein, Infanterie, Feuer erstmal zurückhalten, bis sie nah dran sind. Gegner Kaffee kommt, Gegner Kaffee kommt. Vorsicht, Routon hinter dir, kommen sie. Einen weggekriegt. Wollen sie den Alter, alles gut. Oh Gott, wenn unsere Leute jetzt nur schießen und nicht in der Nachkampf, wenn die Reiter da sind, äh... Was ist Nahkampf, Mann? Wir sind in der Nachkampf! Nein, dürfen wir nicht. Schönes Karree gebaut, VF Toussheads. Sechst nicht! Okay, die Batterien nachladen. Okay, die Batterien wieder übersetzen. Racken freimachen, dass sie Pkatzen. Danken halten. Schönes Karrier gebaut, Voforsen, ich bin begeistert. Das ging sogar ziemlich schnell. Voforsen hat die Strache fahren erobert. Okay, feuert auf die RT-Stellung, bitte. Ne, auf keine Infanterie, jetzt bitte. Nur auf die RT-Stellung. Links von der RT-Stellung sind unsere, oder? Ja. Und Feinde, glaub ich auch. Ja. Da kannst du nicht beschießen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, geh mal. Ja. Irgendwie. Das Gefühl, dass ich durch meinen Spurs nur viel, bis ich gereizt habe, und die einfach voll auf uns gehen, wären egal, ihre Truppe. Ja, ich beziehen könnte. Ja, das wunderbar. Okay. Ja, sehr schön. Ja, Hintern ziehen. Ja. Betroffen. Ja. 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 Ja, vielleicht! Jasmin. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Der ist gut, glaube ich. Nicht so krass aufgedreht. Zurück! Ja, zurückfallen, lass ihn erschießen. Rückzug, Rückzug. Wenn ihr Munition habt, erschießt ihr den Pedal. Wir dürfen nicht nachladen, ne? Denkt mal. Doch, wenn wir weggehen, dann sind wir ja noch im Charge. Ja, aber wir sind ja immer noch im Charge. Etrus im Charge. Ich glaube, der ist gut. Der hat gute Bewegung. Hast du die letzte Runde schon? Fuck. Shit. Der Messer sitzt alleine hier. Sehr gut, du hast unsere Anführung umgebracht. Sorry, ich hätte von oben schlagen müssen. Der hätte auch nicht treffen sollen. Ja, aber ist ja schneller gewesen. Könnt ihr sie nicht letzt überleben? Ja, ja. Ja, auch schon gewesen. 5 gegen Wien. Ich dachte, die haben nach vorne gewonnen. Ja, das 18. hat leider zu lange gewartet. Du machst was. Kommadiere. Der Messer steht schon drin. So, ein bisschen. Kugel bringt nichts mehr bei den Verspitteten. Wolltest du so ein? Hm, jawohl. Aber mit Katja, wirst du vielleicht auch maximal. Guck mal. Gut. Katja geht rein. Acht auf den tiefen links. Wenn er nicht schießen darf, ich will dem nicht vertrauen. Noch nicht im Charge, ne? Jetzt seid ihr im Charge. Nein, das wird der erste Hint oder Block passiert. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Kanone darf noch schießen, Kanone. Nicht mit der Kanone schießen. Ja, klar wird der Kanone schießen. Kanone darf noch schießen. Wenn Kanone schießen, darf nur nicht nachlassen. Wissen du, der Kanone ist. Na, du kriegst das schon hinten hin. Hast du Kugel und Kartaschen? Ja, perfekt. Oh, sehr schön, nice. Dann haben wir eine gute Ausgangsposition. Sehr schön. Wenn der mit All Charge kommt, wir ignorieren, ist einfach klare Anweisung für euren Obersten. Das sehe ich jetzt gar nicht, wer jetzt asozial ist. Ach, schön. Ich nehme an ihm die volle Verantwortung. Wir kämpfen einfach mit Schießen. Falsfeuer. Oh, das gibt's doch nicht. Dies gibt einen Ton, das gar keinen der ist. Dies. Einen Ton oder so. Weil, wenn du gar keinen abschießt, hast du nichts davon. Nein. Warte. 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 Irgendwer der Arterdach ist. Bleib zusammen, bleib zusammen. Kann du gerade einfach mal ballern. Die ist doch klar, die linke. Die ist fackt. Ja, nice. So macht man das. Okay, jetzt bleib zusammen. Nicht zu sehr nach vorne. Nutz den Erdhügel. Ja, sehr schön. Ulti-Null. Oh, so knapp. Ja. Sehr schön, Nelson. War halt sehr schlecht. Nelson von oben. Ah, schade. Ah, das ist alles Das war's, das war's, man.